Wenn man den Menschen das Potenzial mal geben würde, um mal wirklich zu funktionieren, da kommen wir zu einem Thema von, wo wir begonnen haben eigentlich. Dass wirklich dann so, wenn du erstmal nicht gebunden bist an diese ganzen Fesseln, dann entwickelt sich die Menschheit so rasend schnell. So rasend schnell. Und wir würden diese Probleme, die wir hier haben, die würden wir belächeln. Wir würden Krankheiten und Amputationen und technologisches Vorwärtskommen, was gerade krass stagniert, obwohl wir jedes Jahr ein neues Handy bekommen. Und diese Probleme wären gar nicht da. Alleine wenn diese 5.000, 6.000 Patente, die unter Staatsgeheimnissen in den USA stehen, wenn die alleine gelüftet werden würden, dann würden wir wahrscheinlich keine Energiekrise mehr haben. Und wir würden nicht mehr irgendwas verbrennen müssen. Und diese ganzen primitiven Geschichten, die wir hier seit Jahrzehnten und Jahrhunderten vorantreiben, die würden entfallen und die Menschen würden sich morgens mit einer Vision in ihren Alltag begeben und würden kreativ sein und würden Sachen entwickeln, die diese Menschheit voranbringen.